So sieht es in vielen Haushalten aus. Gerade Steckdosen in der Küche kriegen eine Menge Dreck ab. Putzen ist hier eine Qual. Vor allem das Innere der Dosen ist schlecht zu reinigen, obendrein ist das gefährlich. Aber das muss nicht sein. Tüftler Thomas Hoppe dachte sich einfach Deckel drauf und entwickelte den Dosenschutz Antifett. Der lässt sich bequem in die Dose stecken und schließt sie bündig ab. So werden höchstens die Deckel einmal dreckig. Aber deren glatte Oberfläche lässt sich leicht abwischen und darunter bleibt es sauber. Diese Idee hat sich unser Zuschauer aus Arnsberg als Gebrauchsmuster schützen lassen.